ja hallo hier spricht wieder euer kommander von der skalarwellenabwehrfront ich musste zu boden gehen die ufos sind vor mir gelandet ich habe schon eine volle ladung abbekommen steigen geradeaus spaß beiseite heute ist sonntag der erste dezember 2009 10 an dieser stelle wo ich jetzt liege habe ich im sommer 2016 oft gelegen wenn ich es in meinem zelt nicht ausgehalten habe habe ich den ort gewechselt nur ich habe dann meistens auf dem rücken gelegen und ich hatte auch noch nicht diesen helm den habe ich mir dann erst später gebaut übrigens ich brauche diesen helm heute nicht mehr er ist aus kupferblech 1 mm gefertigt mit einer blechschere zusammengeschraubt sieht so ein bisschen aus wie so ein alter wehrmachtshelm mein großvater hatte so einen aber der war aus stahl was gleich geblieben ist ist die situation dass wir im krieg sind mein großvater wollte nicht nach sibirien er ist aus der russischen gefangenschaft geflohen und ja kameraden von ihm die mit ihm zusammengeflohen sind sind erschossen worden er hat überlebt ja ein glück sonst würde ich jetzt nicht hier sein und nicht dieses video machen er musste zwei jahre sich verstecken auf bauernhöfen nachts mit güterzügen quer durch die besetzte zone also ungarn tschechien osteuropa eine odyssee er kam nach zwei jahren zu hause an er war wieder zu hause bei seiner familie er war zu hause bei mir ist es etwas umgekehrt ich hatte während diesen ganzen angriffen die letzten drei jahre nie wirklich angst um mein leben ich hatte gar keine zeit dazu weil man kriegt so eins auf die birne dass die angst funktion anscheinend irgendwie ausgeschaltet ist man ist wie betäubt dennoch gab es angriffe die ziemlich nah dran waren also aus herz vor allen dingen ja und anders wie bei meinem großvater ist also ich habe kein zu hause mehr also ich hatte wieder party in der gaskammer die letzte zeit und ja also im gegensatz zu meinem großvater habe ich kein zu hause mehr wo ich sagen kann der krieg ist vorbei ich bin jetzt sicher ja ein bisschen anders wie der letzte krieg aber wir sind im krieg das ist ohne frage nur die meisten wissen es nicht oder sind leider schon von diesen ganzen sachen die ausgesprüht werden über flugzeuge schon so betäubt auch nicht mehr so richtig klar im kopf nehmen es auch nicht mehr so richtig war die gefahr das ist das gefährliche an diesem krieg dass diese waffen so ins bewusstsein wirken also morgellons dass die leute die gefahr nicht mehr spüren oder auch mit bestimmten frequenzen bestrahlt werden können die eben zur kritiklosigkeit führen das gespiele an einem smartphone macht die sache ja auch nicht besser viele leute sind gar nicht mehr lebensfähig ohne diese dinger sind süchtig können nur noch tippen ja es sieht schlecht aus alles zusammengenommen würde ich sagen ja dieser krieg ist noch schlimmer wie der letzte und nun ja zurück zu den ufos also wer jetzt vielleicht etwas leichtgläubig war und den ersten sekunden gedacht hat was ist da los ufos da kann man vielleicht erkennen dass es recht einfach ist leute hinters licht zu führen weil ich denke mal viele leute die betroffen sind meine videos gesehen haben die mir vielleicht auch mittlerweile vertrauen haben das vielleicht ein oder zwei sekunden lang geglaubt und so funktioniert auch der krieg gegen uns man hat institutionen oder menschen den man vertraut und die kann man anwerben oder die kann man unterwandern und die betroffenen glauben dann immer noch dass derjenige diejenigen nur gutes für einen wollen in wirklichkeit haben sie längst die seite gewechselt würde man mich anwerben oder würde ich die seite wechseln würde das vielleicht zuerst gar nicht auffallen und ich könnte jede menge leute verarschen die mir vorher getraut haben das letzte jahr die meine filme gesehen haben und auch gemerkt haben dass es hilft ich denke die gefahr ist nicht da also ich habe mich längst entschieden es gab einen anwerbeversuch ungefähr nach drei monate folter die nicht abgelehnt habe ich habe darüber schon mal erzählt ja also ein wagen hielt zwei pakistani steigen aus oder einer steigt aus der fahrer bleibt drin ein zettel wird angepappt auf einen parkendes auto ich soll mal dieses diese handynummer mal nehmen und einmal anrufen ich habe den zettel weggeworfen ja also die wissen dass ich da eigentlich keine lust habe irgendwie wegen leeren versprechungen irgendwie für die zu arbeiten weil was würde mir das auch bringen mir geht es gut und ich sehe wie ringsherum um mich die leute rumlaufen wie die zombies also man sieht mittlerweile wie krank die leute geworden sind hier in frankfurt am main ist jeden tag blaulicht also man merkt dass irgendwie die leute mehr sterben ja und die jungen klimaaktivisten denken ja alles schuld wegen den klimawandel wegen dem co2 kein wunder dass die leute krank werden ja es gibt ja auch immer mehr krankheiten weil die erde sich erwärmt dass der malaria kommt aber malaria gab es hier schon immer shakespeare hat schon malaria beschrieben in seinen roman gedichten also das malaria krankheit ist völlig unabhängig von von der wärme aber sie erzählen uns eine lüge nach der anderen und die leute glauben und ja also täuschung unterwanderung ist ein ganz wesentlicher ja strategie in diesem krieg den sie seit 500 jahren gegen uns führen seitdem wir mittel und nordeuropäer die reformation gemacht haben es gewagt haben uns zu erheben gegen den papst unser haupt zu erheben und die antwort ist eben wenn die leute alle krank sind von diesem virus der freiheit befallen sind dann müssen wir sie eben dezimieren so ob die jetzt protestantisch sind oder römisch katholisch spielt keine rolle weil auch die anhänger der römisch katholischen kirche sind ja auch befallen von diesem virus die protestanten haben sie nämlich angesteckt mit ihrem glauben an freiheit und liberalismus und das dass sie denken sie können machen was sie wollen und ja diese aufmüpfige schafsherde muss dann eben notfalls gekeult werden ja das ist so wie sie denken es ist an der zeit dass es ist nicht so wie ich denke aber es ist an der zeit dass man zur kenntnis nimmt wie wie die so denken ja also ich habe schon in anderen videos erzählt über den zusammenhang konterreformationen und diese ganzen angriffe die gegen uns stattfinden das möchte ich jetzt nicht hier weiter vertiefen ja also ich wollte eigentlich hier ansetzen wo ich das letzte mal aufgehört habe vor zwei wochen ich bin wieder hier in diesem gebiet grüngürtel im osten von frankfurt das gebiet rund um den sau see wo ich mal mein zelt aufgeschlagen habe und wie gesagt hier bin ich manchmal hingegangen wenn ich es nicht ausgehalten hat und wer gedacht hat ja das was ich in meinem letzten video gebracht habe ist nicht mehr zu toppen ja es ist noch zu toppen also der horror geht noch weiter ich habe noch gar nicht alles erzählt wirklich erschreckend ist wie viele menschen doch mitmachen und wie viele menschen bereit sind sich an der jagd von menschen zu beteiligen wenn man ihnen verspricht dass es keine konsequenzen für sie hat dass sie straffrei bleiben es gibt ein experiment aus den 60er jahren das heißt das milgram experiment vielleicht der andere ein oder andere schon mal davon gehört es wurde in amerika durchgeführt ich meine es war in kalifornien an der berkeley universität ich bin mir aber nicht sicher also kalifornien stimmt auf jeden fall und man hat dort ein forscherteam zusammengestellt und man hat jemand auf so einen stuhl gesetzt und man hat ihm stromstöße gegeben aber das war nur gespielt das war ein schauspieler und die die testpersonen sollten an so einem regler drehen und dann hat immer einer eine autoritätsperson also ein arzt im weißen kittel gesagt dreh auf weiter höher weiter und man wollte eben sehen bei welchen befehlen oder bei welchen sätzen die leute aufdrehen oder wie die bereitschaft ist und gibt es einen unterschied zwischen frauen und männern eigentlich nicht ja kann ich bestätigen an also sind genauso viele frauen die männer beteiligt hier das kann ich bestätigen also ja man muss dazu natürlich sagen in den 60er jahren in amerika wo es noch mehr christen gab wie heute da war die quote nicht so hoch schätze ich mal ich kann die prozentzahl jetzt nicht sagen ja es ist aber mittlerweile hat sich das ganze überholt weil man kann mit dieser brutalen waffe auch leute dazu zwingen andere zu foltern wenn man sie so heftig foltert dass sie gar keine andere wahl mehr haben also wir haben mittlerweile eine zustimmung würde ich mal sagen von 99 prozent es gibt nur ganz wenige menschen die sagen nein ich mach das nicht und diese folter auf sich nehmen also ja ich hatte keine andere wahl also ich hätte es glaube ich auch nicht gemacht andere menschen quälen die mir nichts getan haben das würde ich nicht machen es gibt vielleicht noch ein paar andere wie mich aber meine nachbarn gehören nicht dazu also ich habe phasen erlebt wo mein nachbar laute geräusche von sich gegeben hat so und so gestöhnt hat und so komische geräusche und ich konnte mir das nicht erklären und ungefähr so ein halbes jahr nachdem ich das bemerkt habe fing bei mir die folter an ja man hat ihn vorher bearbeitet mein nachbar neben mir war der arme kerl ja er konnte nichts dafür aber es war so heftig dass er es nicht mehr ausgehalten hat und so hat man ihn eingereiht in die schar der folterknechte die recht zahlreich sind also ich erlebe viele fahrzeuge also also es sind ganz viele fahrzeuge unterwegs und diese geräte sind nicht teuer man kann sie leicht einbauen und der fahrer kriegt nichts ab weil das ja dna gekodet ist auf die dna des opfers der kann feuer geben merkt selber nichts und das opfer das verfolgt wird von den autos kriegt dann immer eine ab ja gut also das milligram experiment man hat es vorher schon mal probiert wie ist die zustimmung es gibt aber auch das muss ich feststellen immer wieder menschen die dabei grinsen und lächeln die ihren sadistischen spaß daran haben weil ihnen tut das ja nicht weh und sie kriegen dafür sogar noch geld und also ich rede jetzt mal von den menschen die das freiwillig machen ist natürlich nicht immer leicht zu unterscheiden wie ich in anderen videos schon dargestellt habe kann man gefühle mit den morgellons die die alle menschen haben jetzt mittlerweile also wir sind durchseucht von dieser künstlichen lebensform also erinnert euch vielleicht rote morgellons werden genommen um gefühle zu steuern also alles mögliche sexualität auch sadismus schadenfreude ist halte ich für möglich und auch wenn die leute grinsen denke ich manchmal ja vielleicht können sie ja doch nichts dafür jemand steuert sie gerade und gibt ihnen vielleicht auch ein lustgefühl dabei auch eine sexuelle komponente kann ich feststellen also es sind besonders frauen denen es also tierischen spaß macht mich zu quälen so nach dem motto ja jetzt fick ich dich mal entschuldigung das war jetzt nicht ganz jugendfrei ja ich wollte das eigentlich nicht mit altersfreigabe reinsetzen aber ja so ein umgangswort also ich merke immer wieder dass da auch eine sexuelle komponente mitspielt also viele frauen berichten auch davon das kann man im internet lesen dass sie besonders von männern gefoltert werden oder das ist den männern besonders viel spaß macht also das nutzt man anscheinend aus aber jetzt wollte ich mal wieder auf tour gehen mal sehen ob es gelingt diesmal mit fahrrad ob das alles so klappt weiß ich nicht es wäre natürlich so komisch wenn ich drei jahre folter überstanden habe und dann am schluss beim videodreh vom fahrradfall mir das knick breche das wäre natürlich nicht so gut aber das wird nicht passieren vor und da breche ich das video oder wenn es wackelt und dann nichts mehr zu hören ist naja dann wisst ihr bescheid aber ich fange jetzt mal an also vor mir sind die ufos gelandet und die die gucken wir uns jetzt mal an also wie gesagt ich bin hier oft hingegangen habe mich hier auf die wiese gelegt den hinterkopf am boden gepresst da kann man ausleiten und ungefähr eine stunde habe ich mal schlaf bekommen habe ich es geschafft ich stehe auf dann höre ich hier hinten sind so häuser oben aus dem dachfenster ruft ein mann da ist da eine frau daneben nachbar fenster ja und da habe ich dann gesehen aha da hat mich jemand die ganze zeit auf dem schirm gehabt ich muss dazu sagen ich habe mehr so hier gelegen also hinter diesen plastik zaun und dann konnte mich eben nicht sehen und aber anscheinend hatten sie gute geräte weil es war stock finster es war nacht zwischen zwei und drei oder sowas und da habe ich gemerkt ja also offensichtlich hat man hier dieses ganze areal um mich herum rund um den sau see hat man mit einbezogen so also das sind mehrere häuser welches das war das weiß ich jetzt nicht mehr das kann ich nicht genau sagen aber ich dachte ja wir gucken uns das ganze mal an also einfach mal um so einen eindruck zu bekommen wie der sogenannte staatsschutz die bürger bei seiner schmutzarbeit mit einbezieht und vielleicht ist es geld vielleicht ist es auch einfach das abenteuer die die lust also ich an der jagd ja ich habe auch den eindruck dass es irgendwie wie so ein perverses pokemon spiel organisiert ist also ja es gab eben mal so ein spiel vor drei vier jahren das war glaube ich irgendwie so ein testlauf und inzwischen macht man das eben mit wirklich menschen wie mich ja ich lauf mal los also hier ist so eine stelle hier habe ich dann manchmal meine isomatte hingelegt mich um ein bisschen weniger strahlen zu bekommen weil da wo mein zelt stand war rundherum waren geräte und hier war es ein bisschen besser ja also es ist eigentlich eine sehr schöne gegend und ich bin auch froh dass es die gibt weil das hat mir eine menge freiraum geschaffen ich konnte damals eben hier ausweichen weil ich in meiner wohnung nicht ausgehalten habe dort waren die schmerzen unerträglich ich hatte eben noch überhaupt gar keine ahnung damals das ganze funktioniert viele also besonders die menschenjäger denken dass sie unfehlbar sind dass sie superwaffen haben dass ihre geräte absolut präzise tödlich sind sie denken sie sind killer aber sie haben keine ahnung dass es eine zweite komponente gibt ja das habe ich eben aufgemacht ja das machen wir später da ist jetzt keine zeit dafür ja mein fahrrad so sehen die taschen aus in denen ich immer mein ganzes zeug drin habe weil gerade kaffeepulver angebrochene wasserflaschen alles das ist interessant wenn ich das in der wohnung lass ist und ich das reicht zwei stunden bin ich nicht da dann ist da was drin also im wasser gibt es metallischen nanopartikel magnetische die man mit dem augen nicht sehen kann deshalb ich muss mein wasser immer woanders holen weil sie meine trinkwasserzufuhr schon präpariert haben im keller da sind die handwerker regelmäßig um die kartuschen auszutauschen ja komisch dass immer bei mir repariert wird und nicht bei anderen ja ich fahr da mal los und zwar wollte ich mal diese häuser aus denen diese rufe kam mal genauer angucken ja ja vielleicht hat der eine oder andere schon gedacht so er hat sich schon lange nicht mehr gemeldet mit dem film haben ihn jetzt die hells angels schon besucht waren die auf der matte haben sie den vermöbelt weil war ja doch ganz schön frech die hells angels so zu bringen ja aber da mache ich mir gar keine sorgen weil die dürfen mich nicht anfassen also keiner von denen würde bei mir auch nur ein haar krümmen weil sie würden tierischen ärger bekommen von den geheimdiensten die an mir dran sind und ja ist der ruf erst ruiniert lebt sie es gänzlich ungeniert ich kann einfach mich vor das tor der hells angels stellen das filmen und da kam noch nicht mal ein ruf raus gar nichts die wissen ganz genau wenn sie mich anfassen kriegen sie richtig ärger aber das gelände sieht mittlerweile auch so verlassen aus ein bekannter von mir meinte die sind da nicht mehr die sind längst umgezogen aber damals 2016 waren sie dort und sie haben dem sogenannten staatsschutz das gelände zur verfügung gestellt dass sie eben diese kanonen dort aufbauen konnten so also hier fängt das ganze schon mal an hier ist die freiwillige feuerwehr seggbach stadtteil von frankfurt schauen wir mal hier warum ich das filme einmal bin ich hier gefahren haben sie mich mit dem feuerwehrwagen wild verfolgt nicht um mich anzufahren einfach nur um mich so ein bisschen zu erschrecken bin ich gefahren dann kam stand hier ein wagen dann bin ich hier die richtung gefahren die ich jetzt gleich fahre dann kam so ein feuerwehrwagen hinter mir hergerast also wo ich doch eigentlich denke ich mag doch die feuerwehr und freiwillige feuerwehr ist auch eine gute sache ja man mag doch menschen die jugendliche ausbilden im feuerschutz und so weiter und das ist das was schwer zu ertragen ist dass die umgebung die einmal die heimat oder wo man denkt man ist zu hause auf einmal gegen einen umgedreht wird dass man fast keinem mehr trauen kann also selbst so harmlose einrichtungen wie die freiwillige feuerwehr werden dann zum schocken verfolgen animiert und ihnen macht das natürlich spaß sie sind dabei die autorität die der sogenannte staatsschutz genießt ist unglaublich hoch wenn die eben sagen das ist ein ganz gefährlicher dann glauben die das das gibt gar keine diskussion das ist dann so ja also was dass man mal fragt ja was hat er verbrochen den kennen wir der fährt hier schon seit jahren in seinen garten und was warum sollen wir den jetzt verfolgen auf die idee kommen die gar nicht wenn das der sogenannte staatsschutz sagt dann wird das nicht überprüft und dann wird das nicht in frage gestellt ja das ist diese täuschung dass man einer institution glaubt der man vertraut die beschützen uns vor bösen terroristen vor bösen menschen und wenn die bitten dann wird das gemacht und oft müssen muss das gar nicht so bezahlt werden ja also ich denke mal dieses haus war es weil einmal bin ich hier abends hingegangen zu meinem zelt dann saßen hier ein mann und eine frau ungefähr 30 40 jahre alt und ich kannte die gar nicht und ich fuhr mit meinem fahrrad vorbei und der mann grinst die frau auch und sagten hi und dann denke ich ist ja komisch ich kenne euch gar nicht naja gut hallo habe mir nichts dabei gedacht und die stimme von diesem mann habe ich auch wieder erkannt also die haben da abends gemütlich gesessen eine geraucht und hier oben sind auch diese dachfenster nach hinten raus das gucken wir uns noch mal an und hier in dieser einfahrt heute ist sonntag heute ist er nicht da steht oft ein auto aus münchen und ich vermute mal dass dieses haus hier eben so eine art feuerleitstelle ist also die haben überall wo ich mich aufhalte also die wissen dass ich hier eben eben zeit verbringen hier in diesem sauseegebiet dann wird hier einfach ein zimmer oder eine wohnung angemietet in einem haus und da ist dann einer da vom sogenannten staatsschutz sehr oft münchen sehe ich also autos aus münchen hier gibt es auch noch andere autos aus süddeutschland und ja ich wollte ja eigentlich mal dieses haus zeigen also nach hinten gibt es eben auch so ein dachfenster oder mehrere ja und ich meine das war das haus ich bin mir aber nicht mehr sicher hier also in dieser ecke gibt es unglaublich viele autos immer aus süddeutschland also hier haben wir schon mal ludwigsburg kann man sagen ja gut da arbeitet eben jemand da in der nähe von stuttgart am wochenende zu hause aber hier ein ziemlich nobler schlitten aus stuttgart könnte durchaus sein dass das jemand vom staatsschutzbahn württemberg ist aber ich weiß es nicht aber dieses haus hier ist spielt anscheinend irgendwie eine rolle ja weil aus einem von diesen häusern hier auch dieser ruf ertönte da ist er so das muss man einfach mal so sagen dass es eben auch ganz normale harmlose bürger sind die hier sich verführen lassen die man eben erzählt ja das ist ich muss jetzt mal runterhalten da kommen viele menschen und autos ich will nicht dass die leute sich beschweren dass ich die filme und so ja also erschreckend freiwillige feuerwehr und diese beiden personen die sahen eigentlich recht sympathisch aus haben sich so eine zigarette gedreht so ein man kann die leute nicht mehr nach dem aussehen beurteilen jemand sieht irgendwie cool aus wie ein hippie dreht sich eine zigarette selber denkt man eigentlich die sind eigentlich nicht so gewaltbereit aber spielt keine rolle heute in diesem krieg also jeder kann angeworben werden jeder kann verführt werden gegen geld oder man erzählt den eben das ist ein ganz gefährlicher der macht das und das und so und wir müssen uns jetzt helfen so ich weiß hier ist wieder die freiwillige feuerwehr ich fahre jetzt hier nochmal zurück zu dem platz wo mein zelt stand einfach mal so ein gefühl kriegen für diese gegend und ach ja das ist ganz interessant also hier hinten ist der bornheimer hang diese zwei hochhäuser da hinten da ist ungefähr meine wohnung und es ist nicht weit dann kann ich halt immer mit dem fahrrad schnell hier rausfahren ich gehe hier auch oft laufen heute morgen wieder das empfiehlt sich immer vor so einem videodreh weil da kriegt man den kopf frei und dann kann man wenigstens vernünftige sätze sagen weil gerade durch das laufen wird der blutdruck erhöht also vieles wird ausgeschwemmt vorher noch mal magnesiumsulfat nehmen habe ich in den anderen videos schon alles erklärt eine weitere interessante entdeckung die ich gemacht habe ist beim laufen erhitzt man sich die temperatur steigt und anscheinend hilft das auch ich hatte einmal fieber gehabt ja und dann habe ich gemerkt die folter wurde dadurch weniger offensichtlich vertragen diese morgellons diese künstliche lebensformen höhere temperaturen nicht sie sind auf eine bestimmte temperatur eingestellt oder geeicht wo sie sich am besten vermehren können und ja die pflanzen sich auch fort ja also sie haben sex in unserem körper sie sind so gebaut klingt nicht schön ist aber die wahrheit könnt ihr bei harald kautzwellers videos mal nachschauen der erklärt das alles ganz genau auch mit roten blauen morgellons und so weiter jetzt muss ich wieder runter da kommt jemand wieder den will ich nicht filmen ja den kannte ich ein garten nachbar der ist hier gerade laufen gegangen ja jetzt kommen wir wieder hier zu dem platz den ich im letzten video gezeigt habe hier ist wieder dieser graben wo ich mich verschanzt habe immer zwischen 4 uhr 30 und 4 uhr oder was ich habe schon wieder vergessen es war immer eine bestimmte halbe stunde und einmal musste ich laufen dagegen der wecker nicht ja und ja sonst habe ich immer so hingekriegt irgendwann hatte ich die zeit auch gespeichert dann brauchte ich den wecker nicht mehr so und dann bin ich halt hier immer hier hinter gerannt mit der iso matte und habe dann gewartet bis die halbe stunde rum war weil ich wusste ganz genau wenn es dann fünf uhr war dann hören die auf weil dann im gewerbegebiet betrieb anfängt und sie wollten keine zeugen sie wollten nicht dass es jemand hört ja und jetzt kommen wir wieder hier hinten der ponyhof da gehen wir mal ein bisschen ran schicke autos von wem auch immer sind auch heute noch leute vom geheimdienst da weil oft arbeite ich hier für einen bekannten wer eben diese hütte hier gebaut hat wo ich früher mein zelt hatte oft will er dass ich was erledige dann mache ich das und dann immer wenn ich da bin tauchen auch immer diese autos auf und also der ponyhof ist involviert auf jeden fall ja das ist wieder diese tür aber ich gehe heute nicht rein ich habe ja im letzten video schon alles gezeigt und einmal ganz ganz witzig ich kam hier raus morgens also nachdem ich mich zwischen fünf und sieben noch mal hingelegt habe dann hier mit dem fahrrad aus der tür raus kommt so ein auto startet vom ponyhof will mir drohen kommt auf mich zugefahren und ich gehe mit dem fahrrad immer weiter links immer weiter links und was macht der fährt fast hier in den zaun rein weil er hat den befehl keinen kontakt ja und in dem moment hat ihm nämlich keiner geholfen sein männchen im kopf also viele werden auch über voice to skull gesteuert vermutlich weil sie reagieren oft in sekundenschnelle dass ich manchmal denke ja entweder haben sie so ein headphone also ein knopf am ohr oder sie haben sogar voice to skull ja der ist dann fast hier in den zaun gefahren und da habe ich gemerkt also man hat freiräume man kann sie für sich nutzen sie haben so bestimmte befehle und das heißt kein kontakt keine beweise da darf man nicht meine schramme am blech sein und dann kann man manchmal autos richtig schön abdrängen habe ich oft habe ich öfters mal gemacht auch spaß und dann ja habe ich ja mal erzählt hier diese hütte hier mit den rumänen woher weiß ich dass es rumänen waren ja ich habe immer wenn ich einschlafen wollte das ist eine interessante geschichte ist man erst mal eingeschlafen spürt man die strahlen nicht und dann kommen sie erst mal an einen nicht ran weil das gehirn dann runter geht auf niedrige frequenz drei oder vier herz und die ersten zwei stunden die tiefschlafphase die hatte ich immer auf jeden fall sicher wenn die dann vorbei war war es dann schwieriger das war dann so zwischen also zwischen elf und eins tiefschlafphase dann ab eins zu schwieriger dann konnten sie mich am wieder einschlafen hindern ja also diese zwei rumänen ja warum habe ich sie erkannt als rumänen sie hatten ein gerät auf mich gerichtet als ich einschlafen wollte im zelt zum elf und immer wenn ich einschlafen wollte dann haben sie immer so also sie hatten so komische wörter also wie es für die rumänische sprache typisch ist also ihr gerät konnte genau anzeigen wann ich einschlafe also das gehirn schaltet dann runter auf eine tiefe frequenz und das gerät hat das angezeigt und immer in dem moment haben sie so laut gerufen richtung zelt weil sie sind hier eben angekommen sind hier aus mit bus ich habe sie ja morgens mal gesehen die haben dann so tüten gehabt hier eckige tüten also tüten mit eckigen kästen drin ja dann sind die hier den weg runter gegangen richtung bus sind einfach in bus gestiegen und dann abgefahren und ja die sind hier halt immer rumgelaufen mein zelt war da hinten dann sind wir so vom ponyhof rumgelaufen normalerweise würde ein ponyhof besitzer sagen was sind das für komische vögel die dann nachts von meinem ponyhof rum laufen aber ist ja alles abgestimmt der wusste bescheid die sind mit bei der aktion und dann hat er sie eben gewähren lassen und ja also die technik ist so man kann mit einer skalarwelle jemand anpeilen auf den kopf paar hundert meter durch gestrüpp kein problem sowas wie hier ist kein problem für eine skalarwelle ja dann immer wenn derjenige einschläft laut rufen dann gab es manchmal mit zum magnetstrahler gab es richtig was drauf das hat sich angefühlt als hätte würde so ein pferd einen mit dem eisenhufeisen in die fresse treten entschuldigung die wort war also es war richtig heftig so eine gravitationswelle wenn die einen so ins gesicht erwischt das geht richtig durch mark und bein alles nur wegen diesem barium strontium das wir in uns haben die die ja also das ist mittlerweile nicht mehr so das kann mir nicht mehr viel anhaben sie können mich ab und zu noch müde machen ja damals war ich sauer ich habe das dann eben mitgekriegt dass die hier nächtigen nachdem sie mich die ganze nacht beschossen haben gehen die dann um vier hier schlafen und dann habe ich gedacht jetzt frage ich euch einfach die hütte hier ab da war so ein fahrradschloss damals davor das habe ich aufgeknackt dann habe ich gedacht ja wenn du das machst dann hast ein problem dann haben sie dich wirklich am wickel weil gefährliche brandstiftung ja das da kann man schon für eingeliefert werden und dann ja warum haben sie gemacht ach weil da leute mit strahlen schießen wahnvorstellungen hat er auch noch ja dann am besten mal ab in die psychiatrie man muss bei diesem krieg halt immer ein bisschen darauf achten dass man eine gewisse stufe nicht über steigt überschreitet also eine schwelle darf nicht überschritten werden die einen dann richtung psychiatrie oder gefängnis bringt und das wichtigste ist eben die die selbstdisziplin ja das das habe ich gelernt also die die schmerzen egal wie groß sind egal wenn man das gefühl hat dass man es nicht mehr schafft man darf die kontrolle niemals verlieren weil man kann die feuerpausen nutzen sich wieder zu erholen man kann abhilfe schaffen man kann sich erstmal aus dem auf den boden legen sich ausleiten solange man selber noch nicht diese bäder gemacht hat magnesium sulfat und so weiter diese ganzen sachen die ich in den anderen videos schon beschrieben habe ja aber trotzdem habe ich was gemacht ich habe eine alte toilette also erstmal habe ich das ganze bettzeug rausgenommen und aus fahrrad und dann ab richtung container einfach im nächsten wohngebiet die bettwäsche in die tonne gekloppt habe ich so eine halbes folge also ein halb voll geschissenes klo gefunden das habe ich erstmal schön über die sofas ausgeleert also ich habe das ganze dinge erstmal unbrauchbar gemacht weil ich kann das ding nicht einfach abfackeln weil dann hier der nachbar daneben also ja da darf ich jetzt nicht rein filmen aber der hätte dann also diese hütte ist direkt an seinem garten und dann hätte der eben auch ein problem gehabt wenn dann auf einmal neben ihm eine hütte abfackelt das also man kann das nicht machen auch wenn einem danach ist ja ich denke mal das war es für heute das war jetzt noch mal der nachschlag zu meinem letzten video ja wie das hier eben gelaufen ist hier draußen im frankfurter grüngürtel und dann würde ich sagen bis zum nächsten video und wie immer viel kraft und viel erfolg